Ich meine, dass Führungskräfte Potenzialentfaltungscoaches sein müssen. Also da geht es darum, zeig die Freiheit, zeig die Möglichkeit und lass einfach mal geschehen. Und erlaube Fehler. Und kritisier nicht gleich den Fehler. Ich meine, wenn jemand den dritten Fehler nacheinander macht mit der gleichen Argumentation, wird es schwierig. Aber ich bin total glücklich, wenn die Leute vorangehen, wenn sie den Mut haben auch wiederum. Und das ist dieser Ansatz für heute, damit man im Prinzip auch nach vorne denken kann. Ansonsten ist immer so, einer oder eine für das ganze Unternehmen und alle gehorchen falsch. Es muss auch genau dieser Konflikt mal auftreten.